Heute ist der 25. Juli 2020, liebe Bürger. Ihr dürft mir keinem verraten, weil die haben gesagt, wegen Corona finden keine Festspiele statt. Ich bin jetzt hier vom Festspielhaus. Die sind alle vor meinem Grab und vor meinem Haus Wahnfried und hören sich da ein anderes Konzert an. Ein paar wissen das. Also heute trotzdem 16 Uhr werde ich hier die Meistersinger von Nürnberg. Wir regieren vor einer ausgelesenen Besucherschaft. Also wir müssen so die Festspiele auch in diesem Jahr bei so einer schlimmen Krankheit trotzdem huldigen. Ich wünsche euch was.